Hey ho und willkommen bei Blameless. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das gerade tue. Ich bin absolut kein Horrorspielmensch. Ich kann Horrorspiele einfach nicht spielen. Aber trotzdem tue ich das jetzt für euch, denn dieses Spiel gibt es kostenlos auf Steam. Es sah nicht so gruselig aus, weswegen ich es mir geholt habe. Aber ich habe wirklich Angst. Ich kann Horrorspiele wirklich nicht spielen. Oh Gott, das wird eine Qual. Na gut, dann schauen wir uns das Spiel mal an. Es ist dunkel draußen, nur so zur Info. Wir haben ziemlich spät. Uff. Ich bin ein Architekt, Freelance. Also nehme ich Jobofferte, als sie entstehen. Also, wenn dieser Mann mich telefonierte, war ich geliebt, dass ich endlich einen bezahlbaren Job bekomme. Er sagt, er braucht Hilfe mit interior design für das Haus, das er hat sich gebaut. Ich habe immer gespeckt, die Leute, die machen können, so ich natürlich bereitstehen, zu kommen und schauen. Ich hatte bereits ein paar Ideen. Es war schon ziemlich late, aber er hat mir gesagt, dass er auf mich zurückkommt. Ich versuchte, weil ich nicht wollen, dass ich dieses Offer verletzt habe. Ich bin da mit meinem Auto. Sein Haus war in der Suburbanie, ziemlich remote, aber mit anderen Häusern nebenbei, ein ganzes Ort. Der Mann hat mich in der Front Gate gesehen. Es war ein Temporary Fence, und der Gate war mit rotten Wooden Planks. Er hat mich angefangen, um die Stadt zu sehen. Es war so weird, dass es ein großer Garbage Container blockiert, also wir mussten durch die Garage gehen, um in die Haus zu gehen. Er hat mich durch die Bücher gezogen, also habe ich angefangen. An einem Punkt sah ich einen Stain, und am ersten Blick sah es aus wie Brickdust. Aber dann habe ich herausgefunden, dass es das Blut auf dem Boden spielte. Ich dachte, dass es vielleicht ein anderer Arbeiter war, der verletzt wurde. Also habe ich auf dem Mann gesagt. Das ist, als ich seine Hand habe, um mich aufzunehmen. Er hatte eine Mettelbrücke. Bevor ich mich zu retten konnte, hat er mich auf den Kopf gefangen. Ich muss ausgerissen haben. Ich weiß nicht, wie lange ich ausgerissen war. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Wirklich nicht. Was tue ich mir hier an? Boah, ich kriege jetzt schon eine ganze Haut. Ich finde ja jetzt schon geil, dass das Spiel bei mir einfach grad fünfmal ineinander abgekackt ist. Es ist ein sehr, sehr gutes Omen. Das tut mir leid. Wow, bin ich groß. Oh Gott, mir gefällt das nicht. Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Hoch. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Holy Macaroni, was tue ich mich an? Ich bleibe einfach den ganzen Tag hier stehen und drehe dieses Ding rein und raus. Oh, meine Güte. Ist da wirklich Nokai? Haben die aus Nokia wirklich Nokai gemacht? Wow. Auf jeden Fall ist dieses Ding hier nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich kann niemanden anrufen. Natürlich kann ich niemanden anrufen. Und so kann ich das angucken. Ja, Quatsch, ein bisschen Tesafilm und das wird schon wieder. Nein. Naja. Naja. Naja, der hat mir volle Möhre auf den Kopf geschlagen. Könnte auch sein, dass es von mir kommt. Das sieht aus wie etwas, das über die Blutstain entgegen wird. Natürlich nicht. So, Leute. Wir brechen ja ab. Das Spiel war sehr schön. Erholt es euch. Es ist kostenlos. Warum nicht? Ach, da ist kein Griff. Ähm. Was ist, wenn ich mir irgendwas schnappe und daraus einen Griff mache? Nein. Kann ich das hier alles aufnehmen? Wenn ich das hier lege? Aha. Ich kann hier alle Dinge aufnehmen. Das ist schon mal echt cool. Vielleicht kann ich mich dann sogar wehren, wenn irgendein Spasskack-Ruhrensohn mich irgendwie attackiert. Na, das sieht doch gut aus. Wie wäre es, wenn wir das irgendwie verbiegen oder so? Ich meine, wenn ich das aufmache, das nehme und da rein stopfe. Ich sagte, da rein stopfe. Geh! Da! Gefälligst! Rein! Geh! Oh Mann, ey. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal in das Spiel reinkommen. Ich verstehe nämlich noch nicht so ganz, was ich machen muss. Kann ich mit der Säge das Ding irgendwie aufsägen? Nein, aber ich kann sie wieder runterwerfen. Ach, mir würden da so ein paar Gründe einfallen. Kann ich irgendwas durchsägen? Äh. Wo ist die? Fuck. Ich habe die Säge weggepackt. Shit. Ich hoffe, ich brauche die nicht noch. Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Aber ich frage mich, was? Ah, da ist noch eine Stange. Na, dann denke ich mir doch. Wir haben hier doch irgendwie so ein... ...so ein Ding. Kann ich das nicht irgendwie? Nicht? Okay. So funktioniert das anscheinend nicht. Dann... Ich muss das Knie beenden. Aber es ist zu schwer mit der Hand zu machen. Haben wir noch irgendwas? Die Knie ist los. Okay, hier habe ich mal alles, was ich gefunden habe. Kann ich das da reintun? Nein. Aber ich konnte das da reintun. Wie war das jetzt mit dem Hammer? Verstehe ich nicht so ganz. Okay. Und du kommst dann wahrscheinlich da oben hin? Oh Gott. Aua. Aua. Hallo? Ich bin da, wir bleiben einfach die ganze Zeit in einem Raum hier unten. Hier bin ich mir wenigstens sicher. Dass keiner da ist. Aber da oben bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob ich hier alleine bin. Oh Gott, es ist dark. Ach. Captain of yours. Und es gewittert. Was war das? Oder... Das war anscheinend doch kein Gewitter, sondern irgendjemand, der irgendwas hier herumschiebt. Hier we go. Ich will da nicht drunter. Ich will eigentlich hier oben bleiben. Ich baue mir hier oben eine Familie auf. Und wohne hier und kacke in die Ecke. Oh, ich hasse solche Geräusche. Und das Schlimme ist, da habe ich letztens schon mit jemandem darüber diskutiert. Ich hasse Jumpscares. Und das Schlimme ist, bei den meisten Spielen, die versuchen, den Horror durch Jumpscares aufzubauen. Und das hasse ich. Okay. Gehen wir mal runter. Und es speichert. Oh ja. Gott, ich kann sowas nicht. Ey. Was mache ich hier? Warum spiele ich das hier? Hello? Is anybody here? Okay. Wir haben so einen Dings. Ich würde sagen, ich tue die wieder alle auf einen Haufen. Damit ich... Wir haben hier wieder so eine Stange. Komm mal her. Ich mache hier so einen schönen Haufen, damit ich mal sehe, was ich hier überhaupt alles habe. Wir haben... Das können wir schon mal nicht nehmen. Kiste, Kiste. Oh Gott, ey. Ich mache mir gleich in die Hose. Ohne Scheiß. Wir haben eine Schraube. Okay. Dann... Ich kann ja springen. Das hätte ich ja total vergessen. Aber ich komme nicht hoch. Gut. Kann ich den runterlassen? Ach so. Mhm. Hm. Okay. Das wird wahrscheinlich auch noch nützlich sein. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber ich schaue mir jetzt auch gleich mal. Ich habe da erst Weight Watchers gerade gelesen. Ein Library Card belonging to Helen Woodward. Wie hat er hier getroffen? I really, really don't know. Sonst noch irgendwas? Okidoki. Ich habe die Toilette gefunden. Die können da auch gleich mal hier, äh, meinen... Also, ich meine ja, aber ich mache mir vor Angst gleich in die Hose. Also, da habe ich die Lösung gefunden. Wow. Was leckt hier so? Ach, ich hänge hier an dem Ding fest. Kann ich das nicht nehmen? Oh Gott, wenn ich da jetzt... Ich traue mich da nicht durchzugucken und ich werde es auch nicht tun. Nope, nope, nope. Nur über meine Leiche. Wie soll ich das Gefühl, dass es früher kommen wird, als ich denke? Warum verändert sich die Musik? Warum hat es gerade so ein... ...gemacht? Halt! Stopp! Mir gefällt das... ...wirklich nicht. Oh, holy macaroni. Was tue ich hier eigentlich? Ähm... Ich denke mal, das Wichtigste ist an... ...moment. Warum nehme ich nicht einfach... ...Mr... ...Dingenskirchens? Oder brauche ich zuerst das? Vielleicht kann ich das mit der Stange lockern. Ich traue mich nicht, die Tür da vorne aufzumachen. Ich will erstmal ein bisschen Zeit schinden und irgendeine Scheiße machen. Ne, okay, das funktioniert nicht. Boah, ich habe gerade auch wieder so einen halben Herzinfarkt bekommen, weil draußen die Müllabfuhr... ...ähm... ...die die Mülltonnen leert. Und ich dachte gerade, das wäre im Spiel... Boah, Kinder. Mhm. And now? Kann ich den jetzt schieben? Nee, dann senke ich das wieder. Was bringt das denn? Also ich kann das hoch machen. And now? Kann ich damit irgendwas machen? Ah, ha, ha, ha. I see what you did there. Da ist es. Was kann ich damit jetzt machen? Eigentlich will ich damit gar nichts machen. Oh Gott. Okay. Dann. Freunde der... Boah, dieses Geräusch kann sich mal so richtig tief in den Anus ficken. Ganz ehrlich. Boah. Habe ich nicht. Wait a minute. Habe ich nicht irgendwie hier. Sie können mit jedem Objekt von innerer, äh, ...interagieren von so einer Schraube. Ja, kann ich die jetzt... Nein! Himmelohr ist schon zu hören. Jetzt kann ich die doch... ...da reinstecken. Ich will nicht. I did it. Okay, 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 okay. Mami. Och Gott, ich will da nicht rein. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich will da nicht rein. Doch, ja, Himmelohr ist schon zu hören. Natürlich habe ich die da oben vergessen. Och Gott. Hi, bye. Und nur... Och Gott, Mama. Ich mag das wirklich nicht. Puh. Hi. Hi. Entschuldigen Sie. Haben Sie Chivap, Chichi? Ich bin draußen. Kann ich... Ich kann doch jetzt hier drüber klettern. Natürlich kann ich hier drüber klettern. Ich meine... Jeder normale Mensch kann hier drüber klettern. Holt hier doch einfach von da drinnen eine fucking Hurensohn-Kiste. Und kletter da drüber und verschwinde. Das saß ich an Horrorspielen und Horrorfilmen auch. Da kann man doch bestimmt hier irgendwo dann runterklettern. Da ist doch auch so ein Scheißzahn. Wir sind doch eh auf dem Boden. Ich weiß, was ich mache. Ich rüste mich jetzt, weil... Man kann die doch... Also, man kann das doch nicht umsonst irgendwie runterholen. Deswegen... Vielleicht kann ich damit auch kämpfen. Ich bezweifle also. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Spiel kämpfen kann. Aber die Hoffnung stuckt zuletzt. Ah! Shit. Shit. Fuck! Warum tue ich mir das an? Oh Gott, ich finde es gerade mega. Okay. Ich tue es. Yo! Hallo? Yo! Was geht ab? Yo, yo, yo! Ich bin hier für die Party. Kann die Musik mal bitte... Oh Gott, ey. Warum tue ich mir das an? Ich will nicht in einen stockfinsteren Raum gehen. Das mache ich auch nicht im echten Leben. Warum sollte ich es in einem Spiel tun? Da kommt gleich der Mega-Chump-Skin meines Lebens. Ich sehe es schon kommen. Ich bin da nicht rein. Okay. Okay. Ich knall so ein bisschen die Augen zusammen und jetzt geht es.